Darf ich euch vorstellen? Das ist Maxima und das ist Isa. Geht's euch gut? Ja. Ja? Wisst ihr, ich habe letzte Nacht geträumt. Wisst ihr wovon? Nein. Von euch. Wirklich. Ich habe euch im Traum gesehen. Und ich habe plötzlich auch dich, Isa, eine Zahl sagen gehört. Es ist eine Zahl zwischen 1 und 10. In der Früh bin ich dann aufgestanden, in die Trickfabrik gekommen und habe diese Zahl, die du mir genannt hast im Traum, habe ich niedergeschrieben und hier versteckt unter einem Gegenstand. Gut. Und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch eine Zahl ausmachen. Zwischen 1 und 10. Und du nennst sie mir dann laut, bitte. Macht euch eine aus. Fünf. Fünf. Ich habe davon geträumt, dass du zu mir sagen wirst, fünf. Hier habe ich niedergeschrieben, wo ich die Vorhersage versteckt habe. Unter der Pfeffermühle. Dort ist es versteckt. Such die Pfeffermühle. Wo ist eine Pfeffermühle? Dreh sie um. Und was steht dort? Deine Zahl ist für mich. Zeig's allen. Zeig's dorthin. Seht ihr? In der Trickfabrik, da werden manchmal auch Träume wahr.